ja schön erwischt toll okay also die haben sich also mir gekrallt oh was haben wir hier noch pistole munition die nehmen wir natürlich noch mit okay also wir haben unten noch den hundekopf den wir einsetzen können ansonsten ja ansonsten das ist erst mal schauen wir mal können es mal kurz hier vorne war natürlich Pistole munition also die salitärbedingungen sind da quasi in Tauben und nein Klassiker soll ich hier was aus der Wanda rauslassen Stöpsel ziehen Holzstatue schau schau die schaue schon ein abscholliger Haufen von wer weiß was oh Kinder ey sind ja alles voll hier naja Gott sei Dank stecken sich die Münzen und das grüne Zeug und der Rest auch irgendwie also wenn ich das jetzt alle simultan nebeneinander tragen müsste ey boah Gott sei Dank ist es nicht so Tabletten spritzen auch wundervoll offene bleichbehälter oder was auch immer oder was auch immer Dein, dein, dein! Lass! Lass mich! Oh, irgendwie. Oh, shit, ey. Okay. Na, der hat mich ja jetzt mal eiskalt erwischt, der Penner. Oh, sorry erstmal für meinen beschissenen Aim irgendwie. Ich, äh, es ist, ähm, ja, kann man nicht so sagen. Ich hab einen beschissenen Aim. So, verfolgt er mich jetzt wie Nemesis oder was, was, äh, was macht er hier? Oh, shit, ey. Äh, Schlange. Ja, kann ja nicht von mir nett werden. Hm, auch toll. Oh, Mann, ist weg. Oh, Mann, ist jetzt wieder Paarschippen. So, ja, hier kommen wir ja auch nicht rein. Vielleicht sollte ich mal eher die Pistole die ganze Zeit in der Hand haben. Achso. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Äh, ne Holzstatue da. Können wir mal gleich, nachdem wir hier den Hundekopf reinflanken. Das ist super cool. Und zwar hier, das mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert die hier. Vielleicht können wir... Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Wenn ich mich nicht total glatt anstellen würde. Ja, das... Also, das ist doch... So, nee, das war jetzt ein bisschen zu viel. Na? Ey, na? Okay. Ah, ultra glatt angestellt. Äh, interessantes Prinzip. Ähm... Wer baut diesen Mist? Absolut, ja. Wer, wer macht sowas in so einem Haus? Oh, der Schatten sieht doch mega aus. Cool. Gut, woher geht's denn da jetzt hin? Gut, woher geht's denn da jetzt hin? Uuuuuhh... Uuuuhh... 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 Das Jagdzimmer? Das sieht immer krass aus. Okay, das sieht immer krass aus. Äh, sch... Ach, scheiße, Alter. Ich bin langsam echt voll, glaube ich, irgendwie. Was? Wo? Wo? Wie? Wo? 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 Was? Was? Psychotonikum. Entschuldigt bitte. Äh... Äh... Okay. Wo? Was? Wie? Wo? Was? Psychotonikum? Was macht man da? Pistolen-Munition. Nicht, dass ich mich beschweren möchte. Gummis. Was ist denn das? Was ist denn das? Sieht mir ein bisschen wie eine Waffe aus, oder? Ah... Okay... 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 Hier kommen die hin. Okay, also wir brauchen... Wir brauchen bis jetzt einen Schlüssel mit einem Skorpion. Scheinbar brauchen wir noch einen Schlüssel mit einem zweiköpfigen Raben. Und... Schlüssel anscheinend mit einer Schlange. Flüssige Chemikalien. Okay. Machen wir mal ein Asparezzo. So... So... Schauen wir mal. Was können diese Dinger denn? Alter... Steuerung ärgere mich nicht. Arznei, die kurzfristig die Sinne schärft, wodurch die Objekte einfacher aufspüren können. Okay... Okay... Ist das auch so... Ne... Okay... 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 Ah... 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 Cool... Das ist ja cool. Ah... Ah... Krass! Ah... Krass! Das ist ja... Oh... Oh... Guck mal... Die hätte ich jetzt nicht gesehen. Das ist ja mal... Das ist ja mal interessant. Alles klar. Flintenmunition. Mega... Mega... Äh... 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 Schießpulver, mhm, 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 antike Münze, meine Fresse, Alter, ich durf hier nur noch nachher mit Kleingeld rum, oder was? Aha, success, unfortunately, the wife, no good, college girl, they're all rotten, Lucas is a damn idiot. Okay, wieder verschlossen, wieder verschlossen, so, schade, hier kommen wir nicht rein, schade, 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 schade. Das könnten halt die Opfer sein, ja, tatsächlich. Was ist denn jetzt hier, naja, ist hier irgendwo drin? Ne, ne, das ist einfach nur eklige Scheiße. Da ist auch nix drin. Oh mein Gott. Boah, was ist das denn miederliches? Oh, wie, what, what? Oh shit, oh shit. Hau mich ab. Alter, uncool. Was war das denn? Ach, Gett, ey. Ganz schau. Ne, lass mal noch lieber die Waffe in der Hand. Boah, wirklich widerlich. Da ist nochmal das Kopion-Tür. Ah, okay, 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 alles klar. Aha. Okay. Oh, Freunde, warum gießt denn hier keiner mal? Muss man noch nicht so unterkommen lassen. Und der Teppich hier, schön hinter der Schäule ist sie, die Ballad. Warum? Wieso? Oh, so. Oh, okay. Safe-Home oder was? Ah, wunderbar. Pistolenmunition. Gerne. Okay, dann nochmal dazu. Alles verschlossen hier. Na ja, das wollte ich auch nicht verwenden, sondern ich nimm das und mach daraus Patronen. Können wir noch irgendwo, hier irgendwo reingehen? Nope. Okay, gut. Gut, das packen wir mal rüber. Ja. Ich würde sagen, die Videokassette haben wir uns angesehen, die werden wir auch nicht mehr brauchen. Ich hab zwei Arzneimt bei. Ich würd's Kraut auch rüberpacken erstmal. Flintenmunition. Flintenmunition. Pack ich auch erstmal. Ich hab keine Flinte, also dann hab ich lieber noch ein bisschen Platz. Achso, okay. Das scheint einfach nicht zu gehen. No. Okay. So. Okay. Ähm. Oh, ich weiß noch. Wo ist das? Ja. I'm looking for it. Maybe just give you a chance to escape. To escape you have to find to release shape. Like. Like down head. Okay. 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 klar na dann gehen wir mal in keller ganz schau Kannst du mal einen Schluck? Mh, ganz köstlich. Oh ne, wie war es diese Scheiße hier? Beruhig dich eure Palette, beruhige dich. Probier mal hier diese Tür. Von einer Seite verschlossen, das ist ja super. Ich habe gesehen wie viel von dieser Scheiße an der Wand dran ist. Wir haben bestimmt... Man, ne, bitte lass jetzt nicht diese Scheiße hier rauskommen. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Okay, irgendwo läuft anscheinend noch einer. Oh shit! Oh! Alter. Da, Feuernchen. Nicht mit mir. Oh, shit, ey. Tollet Gegner-Design. Ganz schau. So, nix. Lukas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk daran, 3a und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. 3a und ein Handabdruck. Aha. Ne, schau. Ja, hier haben wir schon mal Handabdruck. William. Sean. Ach, scheiße. Oh. Schießpulver. Gibt es hier noch irgendwo irgendwas? Düsse hier. Scheiße. Ja, riesig. Glitcht und gackstet hier. So, also hier ist der verwandte Typ drin. Handabdruck und 3a. Was ist jetzt 3a? Tamara. Ja, würde ich doch mal sagen, wenn nicht der einzelne Name ist. Ja. Okay, die Theorie war richtig. Neun, neun, neun! Oh scheiße, 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 oh scheiße. Ah, ich hab mal richtig Kugeln hier fressen. Oh shit. Fuck. Ja, irgendwie, äh, das weiß man nix. Control. Oh nein, 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 nein. Was ist los? Ziehst ja rein, alter. Shit. Schade. Ah, kacke. Mach ich da scheiße. Okay, dann nochmal schnell von vorne. Kommt der jetzt hier noch mal? Ja. Das war nochmal eins. Das war nochmal zwei. Okay, jetzt, ja, ich bin da hier nochmal. So, mal schießbar noch nehmen. Äh, hier war er. Und da war er. So, am besten ich ziehe mich meinen Gang zurück. Okay. Das war's. Der Schlüssel zum Zerlegeraum, ist ja super. Okay. Cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben. Von der anderen Seite verschlossen. So, Bombsweiler A, kurz Position gemacht. So, und hier sagen wir mal, wie können wir das denn jetzt eigentlich... Achso. Die Bier oder so. Ah, wir kriegen das auf. Ja, okay, wir kriegen das auf. Was ist das denn für ein Scheiß? Oh, shit. Das sieht nicht gut aus. Karte vom Verarbeitungsbereich. Scheiße, Alter. Okay. Okay. Pistolenmunition immer gern gesehen. Entriegelt. Ah, das ist okay, dass er auskommt. Pistolenmunition. Na ja, wir machen mal so. Ich trau hier gar keinem. Der Skorpionsschuss. Cool. Wer läuft hier? Ich höre noch jemanden laufen. Schatzfoto. Oh, Dietrich. Cool. Dietrich, gut. Ist aber da. Kraut nehmen wir auch mit. Können wir alles super gebrauchen. Das nehmen wir alles mit. Oh, shit. Oh, shit. So ein Arsch. Flüssige Chemikalien. Nehmen wir mit. Oh, shit. Flüssige Chemikalien. Oh, Flintenmunition. Flintenmunition ist immer gut. Oh, Flintenmunition ist immer gut. Ähm, Moment mal. Okay, ich muss von hier in den Zerlegeraum machen. Alles klar. Hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir nicht rein. Hm, 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 hm. Tja, psychokonistisch. Hm, psychokonistische Chemikalien. Ich würde gerne noch mitnehmen. Ja, ja, dann machen wir mal. Ja, ich würde nicht reinkommen. Ja, genau. Hier brauchen wir den Schlangenschlüssel. Ja, echt jetzt. Mann, wieso? Oh, die Pistollmunition. Ach, komm, soll er gleich sehen. Doch, komm. Oh, oh. Na, laden, Mann. Zieh doch durch, Alter. Da haben wir hier flüssige Chemikalien. Nimm ich alles mit. Ich nimm alles mit. Alles. Oh. Die Penner stressen. Wo sind denn die Zombies? Mann. So, ich bin schon wieder voll bis unter Dach. Ich könnte auch mal kurz hoch. Speichern und wieder runtergehen irgendwie. Dann könnte ich mich mal kurz leer machen. Ich glaube, das wird gar nicht mal verkehrt. Und zwar, wie? Warte mal, hier lang. Hier lang. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Lass mich. Hau ab. Uh, der kommt hoch. Ich bin ganz gespannt. Mal gucken, ob er in den Safe-Room reinkommt. Oh, eins. Was meint er? Meint er, er kommt? Bin ich eigentlich komplett sicher im Safe-Room irgendwie? Also, im Safe-Room irgendwie kann mir hier was passieren? Generell irgendwie kommen Feinde hier rein? Schreibt es ruhig in die Kommentare mal. Würde mich interessieren. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir hauen das jetzt hier erstmal alles rein. Wir hauen rein das hier. Wir hauen rein. Flink-Munition haben wir immer noch nicht. Schlüsse zum Zerlegeraum. Dieses ominöse Foto machen wir hier rein. Den Dietrich. Okay. Das hauen wir da rein. Den Schlüsse könnten wir vielleicht unten noch irgendwie gebrauchen. Ich habe jetzt gar nicht auf die Karte geguckt. Ähm. Zerlegeraum. Ich würde sagen, den Rest lassen wir einfach mit dabei. Zerlegeraum. Zerlegeraum. Vielen Dank.